jo da bin ich wieder danke schon mal fürs einschalten ja wie ihr gesehen habt ich häng hier fest ich komm hier nix nix wahrscheinlich nix wieder raus mann was ist das für ne kacke jetzt hier also ein neuer tauch deswegen probieren wir uns glück mal an oit ähm hm muss aufschlauen irgendwie muss man doch rum natürlich gibt es weiche wie mich durch Experten die hier äh wo kommt die denn her nein hau ab ach ich weiß nicht wie schon raus kommt er ja schön Erfolg bringt nix ich weiß irgendwie hier hoch da kann nicht klettern da kann nicht hochklettern ja waua 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 naja waua schlossen wau 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 Könnt ihr mich mal hier hochdreschen oder so? Geht nicht. Mann, das ist doch kacke! Was soll ich denn hier hochkommen? Ich will die kleine Slime-Sauber jetzt nicht abgeben. Das sind so viele! Ach man, ich hab mir bloß ein Jetpack gekauft. Kann man sich ja bei Amazon irgendwie bestellen oder so? Ach man! So, bin hier rüber. Bin ich hier hoch. Jetzt komm ich nicht mal mehr hier hoch oder was? So, dann noch hier hoch. Dann noch hier hoch. So, dann noch hier bin ich schon auf und hoch. Ach man, das ist doch drüben. Wunder! Äh... Basta! Wunder... Jetzt bin ich hier Aber ich bin jetzt Jetzt bin ich hier Ich hätte nicht hingehen können Und ich bin jetzt selbst geschafft Wahrscheinlich durch einen Glitch oder so Aber ich habe es geschafft So jetzt Jetzt muss ich schnell heben Und Wir haben jetzt noch einen Honigleim Ich will sie bitte heben Ich will sie bitte heben Warte mal was war denn das Was fressen denn die Honigleims Und sie fressen die Früchte Minzmann Wenn ihr gesehen Fressen Minzmann Da fliegen jetzt quasi meine Minz Slimes weg Für die Knall Slimes Aber Und dann wäre es doch Ja dann wäre es doch Sinn Oder wenn ich Ja dann wäre es doch Ja dann wäre es doch Ich muss bis zu Keine Früchte Doch hier ist die Pogelfrucht Die kann ich ja nennen Weil die Dings Die Pink Slimes Die fressen ja alles Ja Gut Dann ballern wir jetzt Dann ballern wir jetzt ja Ich solls doch alles rasten Ja Ich solls doch alles rasten Ich verstehe euch So So jetzt Scheiße Aber... Ach so, Scheiße Aber jetzt nichts Mann, kacke Jetzt kann ich die Jetzt hat er noch nichts weg Sorry Alter Dino Kann man altes holen Kann man Kann man Falle mal hier rein Und da war noch Was haben wir jetzt hier? Nein Das ist eh gut Falle mal das rein Jetzt liegen die hier Was ist das aus ey? Nein Oh End machen End machen End machen Das ist ja dumm Dass das immer von der Lena aus geht Ja Ja ihr seid aggressiv Ja ihr seid aggressiv Ihr flottert jetzt auch den Rest raus Lass mal gucken Jetzt machen wir ja Oh Oh Hoho So Da könnte man ja jetzt Äh Äh Ne Jetzt machen wir Ja das Machen wir jetzt erstmal groß So eine Wende Und... Fangen wir jetzt Na Was ist das Wohl Bleiben wir noch Ne Ja Ja Oh, das ist doch schön. Oh, das ist doch schön. Das ist doch schön. Ich hab das nicht mehr gemacht. Ich hab das nicht mehr gemacht. Ich hab das nicht mehr gemacht. Die Höhenschein geht um das Ding. Das Ding. So. 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 Jetzt machen wir mal die Futsche. Und dann machen wir die Pogglefurt. Das war doch hier. So ein Wald. Und die ist jetzt mit einem Pflanzen. Was ist das? Hä? Toll. Du meinst versaut. Genau. Sie fressen Früchte. Früchte sind noch nicht fertig. Okay. Das ist schlecht. Hm. Da haben wir die Pogglefurt. 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 Jetzt brauche ich noch Pink Slimes. Was? Hier hat er die Pogglefurt. Hier hat er die Pogglefurt. Okay. Das war's für heute. Und das war's für heute. Nein, was ich eigentlich gesagt habe. Jetzt frisst doch mein Splader So, hier Oh nein, Hölle Hallo Oh nein, das ist doch kabel, wie sie frisst denn hier Alter Alter Der 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 Das ist viel. So. 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 Bis doch. Ausgeschossen. So. 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 Ist es. So. 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 Sprechst du in der Couch? So. Was sind die die noch? Hey! 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 Scheisse. Du bist in Matz. Let's go! ... Mist! Das ist alles! Was ist denn? Was ist denn das? Was ist denn das? Nichts! Das ist doch ... Hau ab! Jetzt kann ich auch die Gemüse noch bauen Die Fräser sind doch alles Und das ist das Hau ab! Ich habe die Geischung Die Geischung Die Geischung Ich habe die Geischung da ja ja Ja, das ist gut dann. Ich weiß nicht, was er ist, was er ist, was er ist, was er ist? Platz für Böwen Könnt ich was die Höhenländer hier verdienen? Pssst Das ist schlecht Fällt doch ein Slime Fällt doch Meine Ach, keine Ach, keine Er hat quasi Gefressen Die Folge Untertitelung des ZDF für funk, 2017